Es war eigentlich von Anfang an ganz ruhig und wir sind da sehr sachlich mit umgegangen. Wir wurden durch die Polizei auch sehr gut informiert und haben dann unser Notfallprogramm eigentlich abgespult, so wie das angedacht ist. Und da ist es ja jetzt immer noch dabei und ich hoffe, dass es bis zum Schluss dann auch ruhig bleibt. Problem sind natürlich immer die Eltern, die besorgt sind. Versteht man ja auch. Und da dann die richtigen Worte immer zu finden, ein richtiger Kommunikationsstil. Ich hoffe, dass es gelungen ist. Wir haben das ja auch nicht jeden Tag. Ich sage das erste Mal jetzt hier in der Form. Ansonsten, wie gesagt, an alle Beteiligten kann ich ein großes Lob. Ich bin Polizei, an die Kollegen, Kollegen und an die Schülerinnen und Schüler. Alles ruhig geblieben.